moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es ins fandomio nach dortmund einem freizeitpark von schaustellern für uns damit wir in dieser zeit auch mal ein bisschen chemis wille erleben können für einen eintrittspreis von 34 euro für erwachsene bekommt ihr alle fahrgeschäfte so oft ihr wollt ihr habt richtig gehört ihr könnt alles fahren so oft ihr wollt seid ihr nicht so der vielfahrer dann gibt es auch noch das schnupperticket 5 euro zum flanieren erleben und genießen ihr habt noch bis zum 11 8 2020 zeit um das fandomio in dortmund zu besuchen uns hat es auf jeden fall super gefallen und wir würden wiederkommen wenn es denn nicht von uns so weit weg wäre auf dem gelände von fandomio warten viele shows fahrattraktionen für die ganze familie für die thrill seeker unter uns und alle die einfach nur schlendern möchten fandomio hat wirklich für jeden etwas dabei und hier gibt es ein paar impressionen übrigens fandomio ist ein freizeitpark mit ohrwurm garantie wer schon da war weiß was ich mein ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hoffe euch hat das Video gefallen und gleich gibt es noch einen On-Ride von der Wildmaus XXL. Viel Spaß dabei und bis bald auf diesem Kanal. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis bald! Abonniert und abonniert die Glocke! Juuuuhuuu! Juuuuhuuu! Da hat er auch was zu da haben. Juuuuhuu! Und nun geht er runter! Juuuuhuu! Juuuuhuuu! Jetzt kommt der Lotion für Zeit! Juuuuhuu! 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 So, nun kommt der Aktion! Juuuuh! Nah, mach ha! J impacto Communication! Jnacomm Multipack Juuuuhu! Juu viu! Ted er ist macht! So, Held! Ja, Held! Danke! So, ja, rufig an! Ah ja, wieder! Sieht doch cool aus, oder?